Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, was eine schöne Musik wieder. Boah, ich komme die ganze Zeit gegen mein Mikro, die ganze Zeit. Allegro, okay. Dann wollen wir mal Allegro. Da ist er ja. Oder ist das ein Zombie-Spice-Ler-mäßiger Verrückter. Ich setze mich mal hin. Ach, er spielt vor. Aber wo ist denn jetzt er? Das Arschloch, lass mich hier raus. Ach, ach, ach. Ach, ach. Sie ist in SAN-Day-Seid. Sieh ihnen den Jump- Yours Patrick hier auf der Winde. Nimm deine Kamera an. Fotografiere ihn du ihr jetzt hier bitte. So will ich ihn in ports erhalten. Ach du heilige Scheiße. Okay, ähm, das mit dem Dachschaden war schon relativ gut, äh, formuliert. Muss ich hier hin? Götterfelschips, ja, schön. Och, guck mal, wie wenig Leben das auffüllt. Das ist ja putzig. Ich soll jetzt in die Vorhalle? Ist das hier die Vorhalle? Ist das das Meisterwerk? Ne, warte. Warte mal, ich muss noch mal auf die Map gucken, weil ich muss da hingucken, hier längs. Ich war da noch gerade schon, warum hat das denn nicht funktioniert? Wahrscheinlich muss ich hier die Treppe hoch. Ah, jetzt geht es. Ja, das ist Philippe Patrick, von all seinen Mann und Männer begreift. Es gibt gelenkende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich erkennen. Ja, den Ort sind drei Männer. Alle einzige Schüter von mir, alle verbunden durch ein gemeinsames Waffen. Betrug. Such den Platz. Mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrion umstärkendlich. Geh. So, wenn sie ihre Belohnung gehalten haben, sollten sie deine bekommen. Und feiern. Schützner. Okay. Wir lesen uns den Auftrag nochmal durch, weil er ist nicht ganz so leicht. Tipp, warte, ich will keinen Tipp, nein, ich will keinen Tipp, ich will keinen Tipp. So. Ähm. Ihr habt den jetzt vielleicht durchgelesen, ich nicht. Ähm, beendetes Meisterwerk muss ich machen. Töte Sillas, Cobb und Finnegan. Das sind die drei anderen, ähm, Künstler, die ich jetzt töten soll und dann per Foto da verewigen soll, soweit ich weiß. Er will, dass du seine drei ehemaligen Studenten in sein Meisterwerk mithilfe deiner Kamera unsterblich machst. Also. Das machen wir noch und dann ist die Aufnahme auch schon vorbei. Die Frage ist nur, wo finde ich die? Da ist das Poseidon Plaza. Ah, hier können wir jetzt mal kurz einkaufen gehen. Denn. Ja. Oh, jetzt könnt ihr wieder zuhören. Ich nicht. Bekennen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurrikans. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Und ja. Insektenschwamm hatte ich mir eben schon geholt, soweit ich weiß. Ah ne, das ist Plus. Ey, geil. Das sieht geil aus. Davon mach ich gleich mal ein Bild. Wartet. So. War wunderschön. Poseidon Plaza. Ich hab so wenig Leben, Leute. Boah, ich werd hier sowas von mit der Schro... Äh, mit der neuen Waffe... Ey. Ich freu mich sowas von. Ich glaub, er kann mal einen Atem irgendwas... Boah, ist das kalt hier. Ist er da schon? Oder ist das irgendein Ex-Beliebiger... Lol. Oh, oh. Ich glaub, ich bin tot. Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Ähm, Feuer, 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 Feuer. Wo ist er? Hä, wie, wie, hä? Warum bin ich ihn jetzt gerade eingefroren? Ach, der verschwindet immer. Lol. Lol. Au, oh. Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet gerade. Ich hab ihn erwischt. Okay. Er fühlt sich so voll wie ein schwangeres Weib. Was ist denn los mit dir? Okay, dann wollen wir doch mal ein schönes Andenkenfoto machen. Hier einmal. Bitte läch... Wartet. Bitte lächeln. Oder wartet. So, noch mit stilischen Elementen. Das sieht doch wunderschön aus. Und... Ach, ich wusste... Ich wollte gerade ein Foto mit meiner Screenshot-Taste machen. Und wir gehen nochmal näher ran. Ähm... Erstmal in die Genbank einlagern wieder. Und ja, dann haben wir das geschafft. Alter, weil ich mich gerade erschrocken habe. Einmal, als, äh... Als ich das erste Mal weggeportet habe. Und das erste andere Mal, wo ich eingefroren war, Alter. Ich dachte so, okay... Ach, das könnte jetzt tödlich enden. Äh, warte. Wo komme ich nochmal zu der Haupthalle? Hier? Bisschen jumpen. Oh. Cool. Boah, wie er die gerade weggeklatscht hat. Ach, warum sollte ich denn jetzt zweifeln? Okay, wer ist der Nächste? Da war Poseidon Plaza. Ich glaube, wir müssen jetzt... Wo müssen wir denn jetzt hin? Äh, Ziel... So. So. Äh, Cohen will, dass du sie das Kopf findest. Und die... Äh, meinst du? Das Kopf war früher oft in einem Laden namens Rapture Records. Im Poseidon Plaza. Im Poseidon Plaza bei Rapture Records. Dann suchen wir mal Rapture Records. Okay, hallo. Poseidon Plaza... ist da längs. Sind die alle in diesem Eisviertel? Im Rapture Records. Poseidon Plaza bin ich. Oder war das da in der Nähe Rapture Records? Oh, ich hab wieder ein bisschen Enzyme gefunden. Und da ist der Martin. Ah. Ich verstehe. Es brennt die Tür. Was ich jetzt hier denkst? Äh. Poseidon Plaza. Rapture Records. Halt, ich muss mal mal hier, ne? Ich bräuchte jetzt... Eigentlich bräuchte ich jetzt ein bisschen, äh... Na, ihr wisst schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Vandalismus ist ein schweres Verbrechen. Denken Sie daran, Vandalen sind Parasiten. Ich bräuchte... Oh nein, ich komm hier nicht durch. Oh, wie ich das hasse. Ich habe nämlich gerade... Keine Ahnung. Oh, das nervt gerade richtig. Kann man die Bolzen eigentlich wieder aufsammeln? Aber One-Shot ist das immerhin. Oh, noch 19 Sekunden dieses ekelhafte Geräusch. Komm schon. Mach weg die Scheiße. Fertig.